hübsch siffi na auch wieder alle da bumm spacebar or double click to skip die kennen wir noch gar nicht hier geht scheinbar gerade eine sonne auf tarsis heißt das spiel ich schreibe es mir auch so gleich mal auf dass wir das gerade spielen tarsis ich habe eben million mainer versucht zu starten das ließ sich nicht aufnehmen nicht beenden übliche graus ein flug zu einem planeten ja dann ist es meistens im weltall also wenn man da was hat dann seine ruhe ist ja auch nicht gerade dafür gedacht leben zu beherbergen das weltall also das ist maximales sendtraining da schön gezeichnet dafür gibt es ein ab start das ist mein menü das minimalistisch ist start tarsis ich drücke mal auf malo game und nur da ist nur es ist wahrscheinlich die raumstation hier es ist eine raumstation ist und keine rakete sieht man daran dass dass das einzelne aneinandergesteckte Elemente sind. Meistens baut ein Land immer ein Element. Was man von anderen Ländern nur weiß, sind quasi die DIN-Normen von den Verbindungselementen. Und sonst kann jedes Land halt eine eigene Kapsel bauen und damit dann halt ein eigenes kleines Labor mit eigenen Gerätschaften und eigenen Funktionen hier sich erbasteln, sage ich mal. So, da haben wir Chemiker. Der ist hier bei, da ist ein Satellit drauf, aha. Oder eine Sea Cross ist da hinten. Im, ich weiß nicht, Treibhauslager oder so. Direkt in den Events. System Fail. Hä? Da ist. Also erstmal, ein Chemiker würde ich doch eher hier reinstecken. Und ein Botaniker würde ich doch eher da, wo das Pflanzending drauf ist, hinpacken, oder? Ja. 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 Tomi. Ja. 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 Since Musgrave is low on dice, let's use the Life Support Module to get her some more. Click on Musgrave's Portrait, then click on Life Support to choose the Module, and click Deploy. Each Module has an ability that can help the ship or the crew. Using Module Abilities is handled similarly to fixing problems on the ship. Roam now and place a die in the Module Ability slot to replenish some of Musgrave's dice. Each Module Ability requires a die of a specific value to be used. Note the iconography to see which dice are valid. Uhh... Hm. Each Module will help the crew in a different way. Learn how to use Module Abilities to increase our mission's chance of success. Now click on Finish Deployment to end Mappia Musgrave's turn. Now that everyone has finished with their tasks, the remaining active events will play out. If J-Cross hadn't fixed the event in Flight Control, it would have caused damage to the ship's hull at this time. There are several types of events, including those that cause harm to the crew, reduce the crew's dice, deplete resources, damage the Iktomi, or cause module systems to fail. Learning which events to let carry over from turn to turn will greatly increase your likelihood of success. Managing the crew's wellness is one of the most important aspects of the mission. Keep the crew's health up and stress down. Ah yeah. Low stress will keep our choices during this phase reasonable, while good health will keep our crew alive. If a crew member's stress becomes too high, let me slip into space madness and start making choices that harm themselves, the ship, or the rest of the crew. Decide what you want to do and leave the phase when you're ready. Uh... Health... Stress... Es sieht doch eigentlich gut aus, oder? Stress ist bei beiden sehr niedrig, health ist bei beiden sehr hoch. Dice for me... Food... Food... It... 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 Is... Isn't going to come, free and fate is made damage the ship, but... We need food. You're all fucking stupid just keep working and we'll make... Choose a side project. Dice. Ach komm, ein bisschen was können wir ja. Es ist gut, dass es die ganze Situation in die Situation ist, bevor wir zur Aktion gehen. Sie sehen, dass alles aus einem Börse-Eye-Viehung wird, dass Sie eine solidere Strategie entwickeln können. In dieser Situation sollte Cross auf den Systemverfaltungen in der Pantry. Aber erstens haben wir Musgrave das neue Event und den Lebenssupport, damit Cross durch die Pantry unskathed passen kann. Passen durch aktive Eventen, das die Crew zu verletzen. Ja doch, ist ja gut. Ich weiß doch, ich bin doch nicht doof, ich bin doch kein Wandkind. Mensch, 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 Mensch. Replenished Dice for the active crew member. Nicht? Äh, warum soll ich jetzt einfach nochmal würfeln? Da waren doch eben zwei Zweier drin. Hm. Ach, das... Ach, ich Idiot, da oben ist eine Fünf. Ich... Na toll. Halt die Gosch nur, lass mich machen. Tja. Aber da brauchen wir eine Eins scheinbar. Required Eins und drüber, oder wie? Das ist ein merkwürdiges Spiel. Was zum Teufel? Wir haben uns vorbereitet, für jedes Teufel. Für jedes Teufel. Nicht alle von ihnen auf einmal. Wir können nicht zurückkehren. Aber wie können wir weitergehen? Oh, Menno. Da hauen sie einen aber hier auch gleich ran. Ja, was haben wir denn hier? Mensch, aber schön hier, ne? Mit diesen ganzen... ist aber sehr schön gemacht hier, muss ich sagen. Das gefällt mir. Ich hab diesen Ball desbaus. Ich hab die Tochter an. Ich hab den Ball. Ja, ich hab die Tochter an. Ich hab den Ball rein. Ich gehe diese Ecke an. Äh, ich würde oben gerne... Äh... Äh, ich würde oben gerne... Äh... Yay? Da fehlt ja immer noch einer! Ihr Schweine! Ich hätte wahrscheinlich nochmal rerollen sollen. Moods are turning sour. The crews and my own. But if I can't leave them, we're all dead. I need to get it together. Äh... Du brauchst ganz dringend... Und ihr braucht das auch irgendwie... Da ist ein plus eins... Ich mag die Farbe lila. Da, da muss ich mal... Naja. Was zum Fick! Is equipped with an experimental disaster screening system that can give us an idea of what events are coming up in the turns ahead. Ich kann auch die nochmal neu rerollen. Das ist nicht schlecht. Na dann! Roll! 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 Roll your boat gently down the stream! Merrily, 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 life is but the dream. Oder sowas in die Richtung. Na, also... In addition to crew and module abilities, you can always use your dice for research. Utilizing research as part of your core strategy is a powerful tactic. And it's also a great place to stash leftover dice. Placing a die in the research bank adds one point to the research pool. You can then spend those points on research projects to help better our chances of achieving mission success. Okese. Sachen gibt es, die gibt es gar nicht, ne? Huff, huff, huff. Den, den... Ne, ist klar. Na, suppi. Ach, Stasis bedeutet, man kann sie nicht mehr... Na, suppi. ... ... ... Na dann. Na... Eins oder fünf brauchen wir. schön. Hätten wir das geklärt. Ja, toll. Nicht mehr lange sind wir eh alle tot. Wenn du meinst. Minus 30% Stress for all. Wir haben gar keinen Stress. Wir sind nur fast tot. 2H. Hull, Hull, Hull. Äh. Ich würde gerne essen, aber... Hm. Was ist denn hier los? Was soll man dazu noch sagen? Seufz. Na, wenigstens. Okay. Andi Moragius. Warum nicht? Muss ich ja. Oh mein Gott. Versuchen wir es mit ihm mal. Ich brauche eine 1. Sieht das aus wie eine 1? Na, ich weiß ja nicht. Das sieht mir auch nicht aus wie eine 1. Na, wir haben ja ein Glück. Nun ja. Nun ja. Was haben wir hier? Neun. Void ist weg. Na super. Wir mit unserem Glück hier, ne? Das ist echt zum Würgen. Schaffen wir eine 1? Mal wieder nein, natürlich. Wow. Das Schöne ist, ja, wenn alles kaputt ist, dann kann nicht noch mehr kaputt werden, ne? So, einer ist tot. Kannibalismus. Kannibalismus. eine Mission oder unsere Menschlichkeit. Ich glaube, ohne unsere Menschlichkeit ist die ganze Mission auch nichts mehr wert. Ach so, verstehe. Ja, weil einer jetzt gestorben ist. Aber mein Gott. Was sollen wir tun, ne? Sonst haben wir sowieso verloren. Oh, Minus 1 Max Health. Each usage will decrease the overall health of the Q- Significant Stress. The benefit increases is Q- Ja, das kann ich mir vorstellen. Die sehen mir alle schon so ein bisschen gereizt aus mittlerweile. Ja, wie gesagt, jetzt ist alles kaputt. Jetzt ist es halt auch nicht mehr schlimm. Jetzt kann nichts weiter kaputt gehen. Das ist doch schön, oder nicht? Hm. Hm. Oh, wir haben jetzt auch blutige Würfel. Das ist ja schön. Hm. Zusage. Hm. Na ja. Äh, vielleicht kriege ich noch eine 2 oder eine 3 hin. Ja, siehste. Prevent Injury. Hm. Den blutigen Würfel da eben habe ich erst gar nicht gesehen. Wie die langsam alle Gulasch im Kopf werden, ne? Boah, Alter. Na toll, ein Würfel ist erstmal weg. Amphetamin. Ich dachte, jetzt kriegen wir 3 dazu. Na toll. Äh, was auch immer. Ich bin hier, glaube ich, noch ein bisschen am Rumwuseln. Versuch du mal dein Glück. Wie die Würfel einfach jetzt mal blutig sind. Wir haben aber auch ein Pech gerade. Damit wirst du es machen, ne? Impending Damage. Ja, ich würde mal sagen, ein lustiges Spiel ist eigentlich ganz cool. Aber ich würde mal sagen, so ein bisschen, also so ganz knapp haarscharf sind wir gescheitert. Lustiges Spiel. Und ich bin mal raus. Finish. Start. Exit. Yes. Tarsis. Wie gesagt, ich muss sagen, lustiges Spiel. Kategorie bearbeiten. Strategie, würde ich ganz klar sagen. Ich habe verloren. Also muss es ein Strategiespiel sein. Nein. So schlimm bin ich ja nicht. Aber, äh, das ist ein, äh, ja, eine Mischung aus Strategie und Glücksspiel. Okay, okay, okay. Ich würde mal sagen, die Folge ist wieder lang genug gewesen. Es gab zwar schon mal längere. Aber wie gesagt, nach 24 Minuten lohnt es sich jetzt nicht nochmal wieder ein Spiel anzufangen. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Ich hoffe, ihr fandet es immerhin auch ein bisschen unterhaltsam. Ich schon. Und wir schauen mal, was wir morgen finden, ne? Bis dahin. Tödelö.